Eine der größten Showmaster-Legenden tritt kürzer, nicht zurück, deswegen tritt kürzer. Wie jetzt bekannt wurde, gibt Günther Jauch die Moderation einer ganz besonderen Show ab. Menschenbilder-Emotionen. Richtig! Ne, 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 ne. So, erstmal hälst du die Fragen noch... Was denn jetzt? Woher weißt du das? Du hast doch früher bei RTL gearbeitet. Woher weißt du das? Die Frage war noch nicht mal zu Ende. Ne. Aber sehr gut. Frage 6. Schlimmer als hier. Guckst du das? Guckst du das? Menschentiere-Sensation? Ne, wie hieß es? Monster-Mumien-Mutation. Ja. Das glaube ich früher. The Walking Jauch.